die wirklich aufgestellt was können die anderen fraktionen und so weiter und so weiter ich habe auch keinen bock mit der zu labern also direkt direkt die basis müsste hier sein so ja die sonne eigentlich princeton ein bisschen noch verbessern habe ich gesagt und dafür würdest du diszipliniert die verzückung die verzückung wie stark ist die stadt oh ein mit winzmetall wachen das ist scheiße naja gut trotzdem warten die frage ist ob ich die jetzt hier aus neuer jerusalem raus ziehe um die da zu unterstützen das neuer jerusalem dann alleine ist nicht so clever aber ansonsten kriege ich die stadt möglicherweise nicht und das wäre ätzend ähm ich werde jetzt hier ein paar wieder absetzen die kolonie kapsel ist fertig ich mache direkt die nächste die kolonie kapsel soll hier oben hin dass ich mal kurz zählen ähm zack zarab zapp da wäre gut ähm ne die andere lass mal erst den einen angreifen what the fuck wollen die mich verarschen wie wieso warum warum sind die veteranen wo sind die denn schon veteranen die haben mich jetzt nur geschlagen wegen ihrer besseren moral ja bei den einen brauche ich da nicht äh komm rückzug ähm okay also dann müssen wir hier alles mal umschichten ähm die geben wir auf den monolithen das gibt nämlich bonus und dann werden die da rüber gezogen da brauche ich auf jeden fall noch neue angus ach ja problem ist ich habe keine neuen technologien erforscht oder also ich habe noch nichts was mich jetzt hier ähm sofort stärker machen würde wie sieht es hier mit den tanks aus das besser was ich machen kann sind lasertruppen übel übel sprach der dübel als er in der wand verschwand krasser shit ich wollte hier die nahrungsvorräte etwas aufbessern drohnen aufstände wieso warum also warum das so ist weiß ich der hat gerade keine polizei und das ist auch okay aber das ist dann forma von der produktion abgeschlossen ähm das hat jeden tag was lasst mich das sehen ja macht auch ihr bitte einen auf die hausgruppe drohnenaufstände beendet ähm mehr weiter gehst du wieder rüber drohnenaufstände war wieder schlecht gelaunt und es ändert sich weiter weg der hier okay terraforming abgeschlossen untersuchen schon sind sie veteranen blöwe ist natürlich die sind super langsam bis die hinten ankommen es dauert drohnenaufstände beendet habe ich dir nicht gesagt wachposten befehlen äh wachposten befehlen zurück nach neuer jerusalem dauert vier um das äh produktion und und davon die basis sollte in etwa hier stehen monolithen haben eigentlich auch ganz gute daten denke da komme ich beim besten jetzt raus ein rover reicht mir hier wir machen weiter mit was hat die stadt für ne geile produktion sechs mineralien ja hier mineralienbonus und das es rockt schon ähm ja insgesamt ganz gut aufgestellt aktuell auch finanziell weiß ich gerade nicht ich würde ich gleich mal gucken ähm in seinesfalls ist der versuch zu sagen wir bauen Projekt eingeleitet bevor die gaianer damit fertig werden ist nicht strafbar würde ich sagen ähm terraforming abgeschlossen einheimische lebewesen werden in den nächsten 20 Jahren zunehmen Produktion abgeschlossen werden wir noch nicht ein eines ein alien aber nicht ein einziges ähm so die basis wird jetzt gleich gebaut ich mach dann auch direkt mal straßennah da basis zaya sunrise kenn ich nicht die kia in sunrise das kenn ich sind mal egal sind die kalanisone dauert einen moment passt in den Bohrlochdruckminen 100 km unter der planetenoberfläche an der Mohorovicic Diskontinuität wo die Kruste dem Mantel weicht erreichen die Temperaturen oft über 1000 Grad Celsius neue Basen kommen bei 3 an solch brutale Bedingungen verlangen nach enormen Fortschritten in der Roboter- und Telebetriebstechnik damit die Bodenschätze des Planeten genutzt werden können morgen Industries Limited haut mich alles nicht um haut mich alles nicht um haut mich alles nicht um nein wieso ist denn da jetzt noch ein Atenfakt also ich meine ich sag jetzt nicht nein aber technischer Fortschritt ist ein sich unendlich wiederholender Prozess man nimmt nicht einfach Sand vom Strahlt und konstruiert daraus eine Dame Entwicklung also wenn Gegner das haben könnte ich immer kotzen wieso ist denn der noch nicht mal der ist doch noch jemand so weit der jetzt gerade hier schon gewesen wäre gehe ich trotzdem mit der Truppe schon los oder warte ich auf den oder beschleunige ich den ich beschleunige den dann kann ich nächste Runde damit anfangen so wie sieht es hier mit der Hochschule aus mhm 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 ja das ist nicht so geil ich brauche jetzt hier nochmal ein bisschen was zum positiven Abbau so der Rover ist fertig als nächstes würde ich dann hier in der Stadt wieder auf Energiespeichern stellen mit ein bisschen Geld an der Seite tut nicht verkehrt bin zwar auch nicht gerade pleite aber ich habe natürlich schon Sorgen dass die ähm ähm Gläubigen jetzt schon wieder die vierte Basis gebaut haben denn vorhin als ich gerade mit der Hoffnung angenommen habe bin ich mir sicher hatten die hatten die nur die eine die haben die erst danach gegründet na gut fahr mal hier in die Richtung die nächste Kolonie habsal ist fertig langsam sollten wir das mal einstellen so viel können wir davon auch nicht gebrauchen ähm ich tue mal ein bisschen Geld sparen die Kapsel wird vermutlich hier zwischen am besten passen oder? wenn ich den den dahin ist ja hier unten so viel Fungus hier ist vielleicht auch noch interessant aber ne fahr dich mal hier unten hin da hin da mitten rein ist alles nicht so richtig cool vielleicht glaub da mitten rein ist am sinnvollsten wie sieht es jetzt hier aus? immer noch die gleichen zwei ja das ist machbar das ist machbar ähm du wartest aber noch nicht du wartest da auch noch nicht du wartest auch ne Runde du wartest auch ne Runde du wartest auch ne Runde Runde vorbei alles klar also normalerweise hätte ich ja hier hin gesagt oder hier hin aber da ist Felsen und Bungus ich glaub ich bau dich da an so dieser Former macht mal die Verbindung hier drüben fertig und hier überlege ich jetzt womit greife ich zuerst an was macht am ehesten Sinn die sind beide grün die sind gehärtet die sind sogar Veteranen ich denke ich werde mit den Veteranen anreifen boah komm schon hier oben jawoll da ist doch nicht normal Produktion abgeschlossen ja und das Schlimme ist die hat jetzt wieder einen produziert aber es sind diesmal grüne Wachen ok aber das Problem ist meine Truppen sind ja schon so dezimiert da machst du nix mit da machst du nix mit da machst du ja nix reib ich dich jetzt damit an naja wir haben Sensoren in der Nähe aufgestellt kriegen den Bonus für die Basis sind zwar grün aber so negativ ist der Nachteil nicht ich krieg die eine blöde Basis da nicht eingenommen das ist noch nicht zum ich brauche mehr ich brauche mehr mehr Zeug mehr Attacke mehr BAMS ich brauche das Kommandonezwerk auf jeden Fall Kommandonezwerk würde viel ändern viel ändern auf jede Moralstube nur 2 könnte ich jetzt schon angehen aber ist auch viel alles nicht so geil Zoloto Gold verstehe ich nicht so mach mal ne Sinn bei den äh Dingens hier Monolithen immer 2 2 2 super Ausbeute eigentlich kann man sie nicht so runde beendet ich boah auf jeden Fall jetzt hab ich da das Wetterpatrick mal eingeschaltet alles uncool mach mal den Lover und das wird nicht bei dem einen bleiben mach du auch mal n Lover Runde beendet Terraforming abgeschlossen Terraforming abgeschlossen Glück gehabt das hier sind Aliens sogenannte Psychoviren die haben äh hier diese Fragezeichen weil im Kampf mit Psychoviren ist es völlig unerheblich welche Kampfstärke man hat es werden nur die Moralstufen miteinander verglichen äh die haben bei denen heißt das nicht grün oder so die sind dann irgendwie äh Unreiferschwarm äh Schwarm Reiferschwarm Überschwarm Hammerschwarm oder wie auch immer aber es sind im Endeffekt die gleichen Stufen ähm die kriegen halt Bonus wenn sie in Xenophungus kämpfen und sowas kein Spaß kein Spaß die Jungs werden zu zwei es sind zwei da sind gute Chancen dass die meine Synth-Metall-Garnison dann gleich auseinander nehmen und dann ist Zulotho Gold einfach weg höchst vermutlich zumindest ähm so wer ist dran die hier ja dann hoffe mal das ist hier abgeschlossen und dann wird es gut nicht nicht noch nicht auf Dauer sicherlich interessant aber noch nicht Na, kommen wir mal hier an, was wir bei Princeton noch anrichten können. Der Aufklärungsroger ist fertig. Der nächste dauert länger. Leider. Jetzt schon erst fertig. Jetzt sind wir hier runter. Der inzwischen hier schon wieder die zweite... Nein, er hat noch nur einen. Die sind immerhin grün. Ich richte mir ein paar Chancen aus. Nicht viele, aber ein paar. Basisbau. Das Mia-Labor. Das ist gut, dann wird mir gebaut. Und wir sind fast 100 Runden im Spiel. Alter Falter. Sintmetall. Das ist genau das Richtige. Ich baue das mal. Okay. Zack, zack, zack. Nee, bleibt mal ruhig da. Und? Und? Nein. Nicht überlebt. Produktion abgeschlossen. Weg ist die Basis. Die Psychoviren sind übrigens noch da. Ich kann sie noch nicht sehen, weil ich keine Einheiten in der Nähe habe. Und die werden gleich noch die anderen Bahnen ein bisschen aufräumen. Ähm, sehr unschön, sehr unschön. Und ich habe gerade die Nachricht bekommen, das Wetterparadigma der, ähm, der Gajana steht vor einem bedeutenden Durchbruch. Das bedeutet, es wird in der nächsten Runde fertig. Nicht genug Energie. Ich müsste jetzt die kompletten Energiekosten, die ich, ähm, aufbringen müsste, um das sofort fertigzustellen, könnte ich bezahlen und dann noch vor denen fertig werden. Das ginge noch. Hier in dem Fall natürlich nicht, weil ich das nicht, weil ich nicht genug Geld habe. Und so wichtig ist das auch nicht. Ich bräuchte mal langsam die Bürgerwehren. Also es wird jetzt echt irgendwann interessant, ähm, Abwärtszonen selber zu bauen. Ähm, um mich zu schützen vor den Gegnern. Baue ich das schon um? In weiser Voraussicht, weil die Gajana dann sowieso gar nicht fertig sind und ich das umstellen muss. Komm, was kostet die Welt? Okay. Ach, warum noch Gepäck mehr ist? Nichts. Was dauert? Ach, der ist jetzt gerade fertig geworden. Dann machen wir hier direkt eine neue Koloniekapsel. Ich will da unten bei den Monolithen ja trotzdem eine Basis aufbauen. Ähm, und das heißt, schicke ich da schon mal so einen Rover runter, der hier vielleicht, einerseits ist der Punkt nicht so ganz schlecht, weil ich meine Monolithen drin habe. Wir müssen hier sowieso ein bisschen was gegen den Xenophungus tun. Wir werden sehen. Äh, so, wer ist dran? Hat noch jemand eine Handlung? Bin mir nicht sicher. Der hier hat auf jeden Fall eine. Ein paar Mal hier runter dauert nur drei Runden. Du bist auch fertig. Machen wir da den Fungus weg. So. Greif ich jetzt an. Ich würde gerne. Aber die sind auch nur grün. Und haben in dem Kampf schlechte Karten. Ich warte ab, bis der auch noch dabei ist. Dann kann ich in einer geschlossenen Kontaktformation. Dann mal wirklich alles durchbringen. Weiter Paradigma ist raus. Gajana machen auch direkt mit dem Planetenverkehrssystem weiter. Sollen sie ruhig. So will ich nicht haben. Da sind jetzt die Straßenverbindungen fertig gebaut. Zieht mal hier runter. Gruppierung ausgerattet. Uh. Die Spartaner haben die Morganer ausgelöscht. Spartaner sind so typische Überlebenskämpfer, Krieger. Morganer die Wirtschaftler. Die Wirtschaft ist raus. Projekt abgeschlossen. Ja, wir haben das Kommando-Netzwerk. Wir haben ein Kommando-Zentrum auf jeder Basis. Und das gibt einfach mal... Achso, genau. Meine Einheiten müssen noch eine einzige Runde bei mir in irgendeiner Basis verbringen. Sind sofort komplett geheilt. Plus. Jede... Ähm... Nicht... Steigt nicht ein mit grün, sondern steigt ein mit... Ähm... Was auch immer das nächste ist nach grün. Ähm... Willy.